Ich muss einfach irgendwas tun, also vielleicht habe ich auch immer eine Abänderlösung, weil ich mich nicht damit auseinanderlösse, weil ich mich nicht damit auseinanderlösse, weil ich mich nicht mehr stört. Am nächsten Tag sind die beiden Frauen wieder in ein Krankenhaus. Ihre gestrige Suche nach dem verschwundenen Roller war erfolglos. Die Ungewissheit, was passiert ist, bleibt für die 31-Jährige von der Zeit. Ich konnte gar nicht wegwerfen, weil der Roller weg ist und ich hatte es gar nicht, weil er kein Anhaltsprogramm ausbilden konnte, was überhaupt mit Sacha passiert ist. Nein, die hat dann dran. Ja, ich bin so wie immer. Hallo?